Wir haben hier ein Wrack gefunden. Ein wunderschönes Wrack. Da steckt was drin. Gehen wir raus. Gucken wir. Ja, vielleicht die Glitches. Nimm ihn halt an einem Halm auf. So, was ist da drin? Na? Nix. Ein Gang ist da drin. Okay. Alles nicht versieht. Security Bypass System. Das nehmen wir. Echt dunkel hier alles. Okay. Okay. Noch mal eins. Und noch mal eine Kiste. Und noch ein Security Bypass. Sag mal. Nicht schlecht. Also das hatten wir jetzt auch noch nie. Die Kisten hatten wir schon. Aber dass hier dann noch so lange Gänge zum entlang liegen sind. Ja. Ja. Ja.